Letzte Woche war Ricarda Lang im TV bei Markus Lanz und es ging um die Heizwände und über das Klima. Und in dieser Sendung haute Ricarda Lang eine Lüge nach der nächsten raus und machte sich komplett lächerlich. Selbst Markus Lanz musste ein paar Mal stark mit dem Kopf schütteln. Ich will euch hier mal ein paar Ausschnitte aus der Sendung zeigen und auch dazu Stellung nehmen, um euch zu zeigen, wie die Grünen und Ricarda Lang wirklich am laufenden Band lügen und die Bürger für dumm verkaufen, nur weil sie ihre Ideologie durchsetzen wollen. Kommen wir mal zum ersten Ausschnitt. Warum dieser unfassbare Druck? Warum diese Eile? Warum gibt man Leuten das Gefühl, jetzt müsst ihr ganz schnell diese neue Heizung einbauen, weil ansonsten bricht der ganze Laden zusammen. Ich meine, Sie und ich, wir wissen doch beide, Deutschland ist verantwortlich für zwei Prozent des CO2-Ausstoßes weltweit, ungefähr. Ich finde erstmal, also zwei Prozent, das klingt immer so ein bisschen entschuldigend, zu wenig. Das ist in Deutschland überhaupt gar nicht wenig, auch für unsere Populationszahl. Und es ist ja nicht nur so, dass wir einfach mal allgemein schauen in der Welt, sondern erstens hat Deutschland natürlich eine Frage auch von Vorbildfunktionen. Also hier mal direkt der erste Kracher. Wir sollen diesen ganzen Mist machen, um ein Vorbild für andere Länder zu sein. Da frage ich mich, was denn für ein Vorbild, ja? Wir scheitern in Deutschland gerade kolossal mit unserer Energiewende und die anderen Länder lachen sich darüber kaputt. Wir haben sowohl den teuersten Strom in Europa, wenn nicht sogar auf der ganzen Welt, und nach dem Abschalten unserer letzten Atomkraftwerke haben wir nach Polen auch noch den schmutzigsten Strom in ganz Europa. Und außerdem haben wir durch das Abschalten der Atomkraftwerke auch ein massives Stromdefizit. Letzte Nacht mussten wir zum Beispiel 23 Prozent unseres Stromes aus dem Ausland importieren, sodass unser Stromnetz nicht zusammenbricht. Wir haben also ein komplett instabiles Stromnetz. Wir haben den teuersten Strom und auch noch den schmutzigsten. Und daran, meine lieben Zuschauer, wird sich niemand, aber auch wirklich niemand, ein Vorbild auf der ganzen Welt nehmen. Kommen wir mal zum nächsten. Also ich glaube, die große Aufgabe von Deutschland ist es zu zeigen, dass ein Industrieland klimaneutral werden kann, ohne dabei einen massiven Wohlstandsverlust zu haben. Es geht um das Tempo. Und hier macht sich Frau Lang sogar noch lächerlicher. Sie sagt, wir können ein Vorbild sein, weil wir können zeigen, dass wir als Industrieland Klimaschutz betreiben, ohne einen Wohlstandsverlust zu haben. Und da frage ich mich, wovon redet diese Tante? Deutschland ist gerade in eine Rezession gerutscht und wir haben das größte Minus beim Reallohn seit über 50 Jahren. Seit über 50 Jahren, das ist krass, oder? Unsere Firmen gehen gerade reihenweise pleite oder wandern ab. Deutschland wird deindustrialisiert und wir verlieren massiv an Wohlstand. Sogar ihre grüne Parteikollegin Katrin Göring-Eckardt hat das verstanden. Wir müssen in unserer Politik extrem radikal sein. Und wir werden nicht mehr in dem Wohlstand leben, in der Art Wohlstand leben, die wir bisher hatten. Es wird ein anderer Wohlstand sein, ein Wohlstand des weniger. Also du siehst, Frau Lang redet hier kompletten Blödsinn in Bezug auf unseren Wohlstand. Aber was will man auch von einer Frau erwarten, die sieben Jahre lang erfolglos studiert hat und noch nie in einem richtigen Job gearbeitet hat. Und den Politikerjob, den sehe ich nicht als richtigen Job an. Und jetzt kommen wir nochmal auf das zurück, was Markus Lanz ja am Anfang gesagt hat. Und er sagte, Deutschland ist für zwei Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich. Selbst wenn Deutschland morgen im Meer untergeht, wird das keine Auswirkungen haben. Und hier, meine lieben Zuschauer, kommen wir einfach zu dem springenden Punkt. Und ich will es euch nochmal an einem ganz krassen Beispiel deutlich machen. Die Europäische Union, also alle Länder in der EU, haben zwischen 1990 bis 2020 bereits ein Drittel ihrer ganzen Treibhausgasemissionen eingespart. Wir sind also schon deutlich besser geworden. Und im gleichen Zeitraum ist aber weltweit der Ausstoß von Treibhausemissionen um zwei Drittel angestiegen. Also das, was wir in Deutschland und in der EU einsparen, wird um ein Vielfaches weltweit mehr produziert. Wir kommen also mit unserem lokalen Ansatz in der EU nicht weiter und nur in Deutschland schon gar nicht. Die EU hat heute noch einen Anteil von 9,5 Prozent an den weltweiten Treibhausgasemissionen. Und selbst wenn wir die jetzt auf Null reduzieren würden, was ja Rekader Lang und die Grünen wollen mit ihren Klimazielen bis 2045, dann wird das Ganze nicht eingespart. Und man könnte vielleicht sagen, naja, aber wenn wir diese 9,5 einsparen, dann ist es doch besser als nix. Nein, das bringt absolut gar nichts aufgrund von den Verlagerungseffekten. Die Welt wächst nämlich weiter und will mehr Wohlstand, egal was wir in Deutschland und in Europa mit unseren Klimazielen machen. Und deswegen müssen wir nämlich dafür sorgen, dass weltweit das Wachstum ökologisch stattfindet und nicht nur in Deutschland. Das heißt, wenn wir unsere Bürger und vor allen Dingen unsere Industrie mit immer härteren Klimavorschriften belasten, dann wandern die einfach ab. Und das sehen wir doch bereits jetzt schon. Die Firmen wandern auch jetzt schon zuhauf nach China, in die USA und nach Lateinamerika ab. Das heißt, die hören dann nicht einfach auf zu produzieren und sparen CO2 ein. Nein, sie produzieren einfach in den anderen Ländern. Sie stoßen quasi woanders das CO2 aus, was wir dann bei uns einsparen. Und es kommt sogar noch schlimmer, weil wenn die dann zum Beispiel in China produzieren, dann stoßen sie sogar noch mehr CO2 aus, weil es dort gar keine Umweltauflagen gibt. Das heißt, wir erreichen also genau das Gegenteil mit unserer Politik. Und der dritte Punkt, den ich auch noch ergänzen will. Wenn wir in der EU alle fossilen Energieträger wie Öl, wie Kohle und wie Gas verbannen, also sagen, wir wollen das nicht mehr, dann sinkt erstmal kurzfristig weltweit die Nachfrage. Aber wenn die Nachfrage sinkt, dann sinkt natürlich auch der Weltmarktpreis. Und was passiert, wenn der Weltmarktpreis sinkt? Dann kaufen natürlich die anderen Länder auf der Welt vermehrt diese Sachen ein. Weil wenn nämlich der Preis für Kohle, Öl und Gas sinkt, dann entschlagen die anderen Länder noch erst recht zu. Das ist ein einfacher wirtschaftlicher Zusammenhang von Angebot und Nachfrage. Wenn wir also das billige Gas und das billige Öl nicht kaufen, dann kauft das einfach jemand anders. Und das sehen wir doch jetzt schon par excellence. Die EU nimmt doch bereits jetzt schon kein russisches Gas mehr. Und wir haben auch ein Öl-Embargo. Und was ist passiert? Sowohl China als auch Indien kaufen jetzt zuhauf russische Energie zu viel billigen Preisen als früher. Für die ist das quasi ein wirtschaftliches Geschenk. Und die lachen sich über Europa tot. Und das, meine lieben Zuschauer, ist hier einfach der springende Punkt. Wir haben es bei diesem Klimathema mit einem globalen Problem zu tun. Und globale Probleme kann man einfach nur mit einem globalen Ansatz lösen. Nicht hier lokal nur in Deutschland. Und das begreifen einfach Ricarda Lang und ihre Grünen nicht. Die Grünen vernichten mit ihrer Klimapolitik den Wohlstand in Deutschland, ohne dabei das Klima zu retten. Wir ruinieren quasi uns selber, ohne dass es dem Weltklima etwas hilft. Da sage ich nur, vielen Dank für nichts, liebe grüne Partei. Tja, okay, jetzt bin ich etwas ausgeschweift. Aber diese Klarheit musste jetzt mal sein an dieser Stelle. Schauen wir mal weiter, was Frau Lang so Kluges von sich gibt. Wer eine neue Heizung braucht, der baut sich in Zukunft, was baut der ein? Eine Wärmepumpe. Also es gibt die Möglichkeit der Wärmepumpe. Das wird für die meisten Haushalte die effizienteste und die billigste Methode sein. Also auch hier falle ich wieder vom Stuhl. Frau Lang sagt, dass die Wärmepumpe für die meisten die effizienteste und billigste Möglichkeit ist. Aber auch das ist hier sofort direkt der nächste Unsinn. Nein, Frau Lang, die Wärmepumpe ist nicht die effizienteste und schon gar nichts die billigste Möglichkeit für die Bürger. Sie ist genau das Gegenteil. Sie ist mit Abstand die teuerste Möglichkeit. Weil Frau Lang ignoriert nämlich einfach komplett, dass man bei dem Einbau einer Wärmepumpe auch noch das ganze Haus dämmen muss. Also man muss das Dach dämmen, die Fenster dämmen, die Keller dämmen, man muss die Fenster austauschen, die Türen austauschen und man muss eine Fußbodenheizung einbauen. Und das alles sind keine optionalen Punkte. Nur wenn man diese Punkte macht, dann funktioniert die Wärmepumpe. Weil ansonsten wird die Wohnung durch die Wärmepumpe nicht richtig warm und außerdem steigt der Sturmverbrauch einer Wärmepumpe dann auf das Zehnfache. Also wenn man dann diese ganze zusätzliche Dämmung macht, die man braucht, dann kommt man nämlich plötzlich auf über 200.000 Euro Sanierungskosten pro Haus. Und das kann sich einfach niemand leisten. Und dazu hatte ich ja schon ein eigenes Video gemacht, würde ich das ein bisschen genauer analysieren. Das verlinke ich dir hier. Also der Austausch einer alten Gas- oder einer alten Ölheizung kostet ungefähr 20.000 Euro. Also ein neuer Kessel plus Zubehör und so weiter. Aber das Umrüsten auf eine Wärmepumpe mit Sanierung kostet dagegen 200.000 Euro. Also das Zehnfache. Es ist also komplett gelogen, wenn Frau Lang sich da hinsetzt und sagt, dass die Wärmepumpe die günstigste Möglichkeit ist. Das ist sie einfach nicht. Gut, kommen wir mal zum nächsten Ausschnitt. Da ja, und da muss man auch sagen, die Übrigen von Fissmann ist da eigentlich ein Geschenk, weil es wird dazu führen, dass mehr produziert wird und damit die Wärmepumpe auch billiger wird. Okay, also der Verkauf eines deutschen Heizungspioniers nach Amerika ist also ein Geschenk. Ja, richtig. Es ist ein Geschenk an Amerika und ein großer Verlust für Deutschland. Weil wir verlieren hier nämlich deutsches Know-how an Amerika und wir verlieren auch massiv Steuereinnahmen an Amerika. Und dazu kommt, dass wir einen weiteren deutschen Player für eine Zukunftsbranche verlieren. Aber Frau Lang findet das geil, weil wir dadurch mehr Wärmepumpen bauen können. Das ist auch Unsinn, ja. Ich meine, diese Wärmepumpen wären sowieso gebaut worden. Aber dabei hätte man diesen deutschen Heizungspionier gar nicht opfern müssen, wenn wir diese sowieso nicht funktionierende Wärmepumpe-Offensive einfach sein lassen würden und uns wieder normaler Politik widmen würden als dieser grünen Ideologie. Gut, kommen wir mal zum nächsten Punkt. Weil wir wissen ja heute schon, spätestens ab 2027 durch den Zertifikatehandel wird Gas und Öl nochmal viel teurer. Heute schon können wir sagen, die Zeit des billigen russischen Gas ist vorbei. Das heißt, wenn ich in zehn Jahren noch bezahlbar heizen will, dann wird das nicht funktionieren mit Gas und Öl. Also das ist wirklich ein Heuchlerei nicht mehr zu überbieten. Frau Lang sagt, dass es besser ist, auf erneuerbare Energien zu setzen, weil Gas und Öl in Zukunft teurer wird. Aber das liegt ja nicht daran, dass Gas und Öl generell teurer wird, sondern an den ganzen politischen Abgaben, wie jetzt zum Beispiel auch der neuen CO2-Abgabe. Weil bereits jetzt sind 25 Prozent unserer Energiekosten, Steuern, CO2-Abgaben, Umlagen und so weiter und so fort. Das heißt, die Politiker treiben die Kosten für unsere Energie nach oben und nicht die Rohstoffe. Wenn es also die Politiker mit der bezahlbaren Energie für die Bevölkerung ernst meinen würden, dann würden sie einfach diese ganzen Steuern, diese Abgaben und diese Umlagen einstampfen. Aber dann würden sie natürlich diese ganzen erneuerbaren Energien nicht mehr rechnen und sie würden einfach vom Markt verdrängt werden. Das heißt, unser teurer Strompreis ist rein ideologisch getrieben von den Politikern. Und ab 2027 wird der ganze Spaß noch teurer, weil dann die CO2-Zertifikate noch teurer werden. Toll, oder? Also ich freue mich schon. Gut, und jetzt kommen wir hier zum letzten Einspieler von Frau Ricarda Lang, weil danach muss ich mir wegen so viel Inkompetenz erstmal einen Boxsack irgendwo suchen. Damit das gelingt, um die Leute mitgenommen werden, muss man natürlich aber konkrete Angebote machen. Und gerade bei dem Heizen... Also Frau Lang sagt hier ganz klar, um die Leute beim Klimaschutz mitzunehmen, muss man ihnen konkrete Angebote machen. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Hört diese Frau sich überhaupt selber reden? Wenn man der Bevölkerung ein Angebot macht, dann bedeutet das, dass die Bevölkerung ein Angebot auch ablehnen kann. Und das, was uns die Grünen dort anbieten, das wollen wir nicht. Wir lehnen es komplett ab. Aber die Grünen ziehen es einfach trotzdem durch und zwingen uns dazu. Das ist also kein Angebot, wie es hier Frau Lang sagt, sondern eine Zwangsmaßnahme. Wir werden hier gezwungen, eine Wärmepumpe einzubauen. Wir werden gezwungen, auf den Verbrenner zu verzichten. Und wir werden gezwungen, auf Atomkraft zu verzichten. Und genau das ist nämlich die Politik von den Grünen. Zwangsmaßnahmen und Verboten. Und jetzt, meine lieben Zuschauer, schlage ich auch mal ein Verbot vor. Und zwar das Verbot von den Grünen. Wie findet ihr das? Was haltet ihr davon? Schreibt mir gerne eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare unter dem Video.